Es hat ja lange gedauert, ehe die deutschen Politiker eine Sprachregelung gefunden haben. Jetzt wollen wir die Meinungsfreiheit ganz hoch halten für einen Staat, der gerade die Meinungsfreiheit abschaffen will. Ist denn das richtig? Nach meiner Auffassung geht es nicht um Meinungsfreiheit. Denn die türkischen Politiker kommen als Regierungsmitglieder, vielleicht sogar als Staatsoberhaupt in diese Eigenschaft, kommen sie nicht als Privatmenschen, die privat ihre Meinung sagen können. Es geht auch nicht darum, dass hier irgendeiner gehindert wäre, seine Meinung zu sagen. Das ist gar nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, dass es in der Türkei ein machtpolitisches Vorhaben der regierenden Partei und des Parteichefs und Staatspräsidenten Erdogan gibt, in der Türkei durch ein Verfassungsreferendum Rechtsstaat und Demokratie zu beseitigen. Dafür wird Wahlkampf gemacht, auch bei den hier lebenden Türken. Und meine Meinung ist, das ist falsch. Dieser Wahlkampf ist in der Sache zu kritisieren. Und das ist der Gegenstand, weil dort Demokratie und Rechtsstaat abgeschafft werden. Und schon gar nichts soll in Deutschland dafür geworben werden. Das ist meine Position. Aber dann müsste man doch logischerweise diese Auftritte verhindern. Zumal, wenn man bedenkt, dass hier diese 1,4 Millionen stimmberechtigten Türken eigentlich gegen den deutschen Staat aufgehetzt werden. Innerhalb Deutschlands gibt es dadurch Unruhen. Und die Bundesregierung, die deutsche Kanzlerin, hat ja auf den deutschen Staat gesporen. Ich glaube, man muss unterscheiden, was ist die Position in der Sache. Die habe ich eben dargelegt. Das ist etwas, was nicht in Deutschland stattfinden sollte. Und ich finde, dass das auch die, unsere politische Position in Deutschland sein sollte. Das Zweite ist, kann ich das durchsetzen? Sollte man das durchsetzen? Und ich finde, es gibt immer wieder, eigentlich ist das der Regelfall, Bereiche, wo man einer Meinung ist, wo man aber nicht sagen kann, das verbiete ich gleich, wenn es dagegen geht. Also sollten wir das verbieten, das ginge durch Bundesentscheidungen nur durch ein Einreiseverbot. Und das wäre falsch. Wir sollten in der Sache klar sein, aber im Ton, in der Form keine Eskalation betreiben. Nichts tun, was gewissermaßen dem Ton von Erdogan entgegenkommt, sich auf das gleiche Niveau begibt, also zu eskalieren. Wir sollten da nicht mitmachen. Am Ende ist es übrigens ein taktisches Kalkül, dass es zu einer Eskalation kommt, von der er glaubt, zu profitieren. Also klar in der Sache, aber kein Einreiseverbot. Diese Großzügigkeit verstehe ich. Das ist ja in dem Kontext dessen, was auch die Bundesregierung vertritt. Die Frage ist nur, Herr Erdogan sagt ja, er kommt, wann er will. Und wenn er nicht reingelassen wird, macht er einen Aufstand. Also lädt man ihn doch am besten gleich mal ein und sagt, komm doch vor das Brandenburger Tor. Wann werden wir das erleben? Meine Meinung ist nicht, dass das Großzügigkeit ist, sondern es ist, wie ich es finde, ein kluges außenpolitisches Verhalten. Wir haben kein Interesse an Eskalation, sondern wir haben ein Interesse daran, auch mit schwierigen Staaten, die aber eine hohe, auch geopolitische, strategische Bedeutung haben, funktionsfähige, diplomatische, politische Beziehungen zu haben. Das ist ein Interesse von uns und so verhalten wir uns auch gegenüber anderen Ländern. Und darum ist das nicht Großzügigkeit, sondern es ist Klugheit. Es ist eine Politik, die sich an unseren Interessen orientiert, nicht an spontanen Emotionen, sondern an unseren Interessen. Und gleichzeitig sind wir in der Sache klar, das sagen nicht alle so, wie ich es eben gesagt habe, aber ich glaube, es sollte so gesagt werden, dass unsere klare Aussage ist, dass das nicht in Deutschland stattfinden sollte und das sollte auch in der Türkei und gegenüber der Türkei bekundet werden. Der Nazi-Vergleich und andere Ausfälle von Herrn Erdogan sei nicht akzeptabel, sagt Volker Kauder. Wenn es aber doch nicht akzeptabel ist, dann muss es doch Folgewirkungen haben, es muss doch Folgen geben. Welche sind denn das? Ich glaube, es gibt unterschiedliche Arten zu agieren, auch zu reagieren. Meine Meinung ist, dass diese Provokationen und die gewählten Worte und der Vergleich so hanebüchen, so irreal sind, dass, das hat die Bundeskanzlerin auch gesagt, sich eigentlich jede Kommentierung verbietet und unnötig macht. Und ich streiche das eigentlich. Wir sollten den Kontrast dadurch unterstreichen zwischen dieser Art des Verhaltens und unserer Art des Verhaltens, dass, das tue ich jedenfalls, darauf gar nicht eingehe. Das ist nicht unser Niveau, so verhalten wir uns nicht. Und wenn es keine Folgen hat, sondern diese Art des Reagierens, ist kein Nichtverhalten, sondern es macht den Unterschied deutlich, offenbar zwischen einem Staatspräsidenten, der ein eigenes Problem hat, sonst würde man niemals sich so verhalten, und uns, die wir jedenfalls in dieser Richtung kein eigenes Problem haben, sondern ganz von, glaube ich, eine innere Stärke und ein inneres Selbstbewusstsein und Souveränität haben, das sich nicht durch Provokationen auf so ein Niveau herunterziehen lässt. Können Sie verstehen, wenn Kritiker sagen, die Bundeskanzlerin, die Bundesregierung duckt sich weg, alleine wegen des Flüchtlingspakts? Man kann mit Herrn Erdogan gar nicht so umgehen, wie man gerne möchte? Ob ich das verstehen kann, man hört es jedenfalls, und es ist falsch. Die Bundesrepublik, die Bundesregierung vertritt unsere deutschen Interessen. Dadurch, dass dieses Flüchtlingsabkommen abgeschlossen worden sind, es wird übrigens eingehalten, bis auf den heutigen Tag, dadurch können die Schlepperbanden ihr kriminelles Werk nicht mehr vollbringen. Mit der Folge auch, dass die Flüchtlinge nicht nach Europa kommen. Das war richtig. Und zweitens sind wir uneingeschränkt in der Lage, auch weiterhin unsere Interessen zu vertreten. Es wird oft von denen, die so argumentieren, übersehen, dass es eine Abhängigkeit wirklich gibt, und das ist die der Türkei, eine wirtschaftliche Abhängigkeit der Türkei von Europa und Deutschland im Besonderen. Und darum ist das überhaupt kein einseitiges Verhältnis. Vielen Dank.